Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcastbeschreibung, auf meinen Social Media Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcastfolge. Was dich in der Meisterprüfung im Elektrotechnik-Handwerk unter anderem erwartet. Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik, Giancarlo the Teacher wieder am Start mit einer neuen Podcastfolge des Elektrotechnik Podcast. Vor allem mit mir Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mal wieder das Audioformat und auch das Videoformat mit den Inhalten um Strom, Spannung, Widerstand und auch der elektrischen Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise im Handwerk, in der Industrie und auch bei euch zu Hause. Abonniert diesen Kanal, damit ihr kein neues Video verpasst. Genauso auf Spotify und iTunes gebt mir gerne 5 Sterne als Bewertung. Hilft mir, hilft den Suchalgorithmus, kostet euch gar nichts. Genauso wie ein Abo bei YouTube und auch die Videos dazu mal zu liken und einen Kommentar dazulassen. Genauso wie auf TikTok und auf Instagram. Da, ihr habt es schon gehört, was dich in deiner Prüfung zum Elektromeister so erwartet. Also ich habe da mich so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr schlauer gemacht, möchte man sagen. Ich wurde nämlich von einem, ja, sehr humorvollen Zuhörer, wurde ich angeschrieben über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de. Da hat er das Kontaktformular genutzt und mir direkt auch eine, ja, etwas längere Nachricht geschrieben, geschrieben, die ich aber auch euch gar nicht vorenthalten möchte, weshalb wir gleich mal einsteigen. Also ihr hört dann auch, glaube ich, direkt raus so, dass er sehr humorvoll ist. Also er schrieb mir auf jeden Fall, hey, vielen Dank für deinen Podcast. Ich habe im November angefangen, die erste Folge zu hören und endlich bin ich auf dem neuesten Stand. Dann schreibt er, ich bin einer dieser Leute, die du nicht magst. Da habe ich mich erst mal gefragt, okay, wen mag ich denn so alles nicht? Es gibt viele Leute, die ich nicht mag, deswegen muss der jetzt erst mal differenzieren. Also erstens, ich lebe seit fünf Jahren in Deutschland und habe immer noch Schwierigkeiten, vernünftig zu sprechen. Also wie er geschrieben hat, war top. Ja, ich weiß nicht, wie er redet, wir haben nicht telefoniert oder sonstiges. Im Grunde spreche ich wie ein Kanacke. Zweitens, ich habe meinen Bachelorabschluss in meiner Heimatstadt gemacht, aber habe nicht viel Erfahrung. Drittens, ich habe vor sechs Jahren meinen Abschluss gemacht und schon vieles vergessen. Mein Abschluss wurde hier zwar anerkannt, aber er hat nicht die volle Gültigkeit, weil es ein Fernstudium war. Das heißt also, Ausland, Fernstudium, E-Technik. Okay, kommt jetzt nach Deutschland und hat jetzt zum Teil diesen Bachelorabschluss anerkannt bekommen. Ja, der Gute heißt Dima, weiter möchte ich natürlich jetzt nichts sagen, aber erst mal ist er ja Studierter. Das heißt also, wenn er jetzt als Lehrer anfangen würde, wäre er als Studienrat, A13, tolles Gehalt. Plus halt noch ein Zweitfach, das bräuchte er dann schon noch, sonst wäre er Fachtheorielehrer. Ja, und er ist aber jemand oder einer von denen, die man sich ja hier in Deutschland schon mal wünscht. Ja, was uns die Politik ja zu glauben vermag oder ja uns vorgaukeln möchte, dass nur Facharbeiter hier hinkommen und nicht Illegale. Also er ist einer von denen, die wollen hier Fuß fassen im Steuerparadies Deutschland. Ja, und das muss man sich mal reinziehen. Deswegen, das sind, also ich muss mal anders, glaube ich, das Ganze aufrollen. Also ich wurde schon von einigen angeschrieben, auch über mein Instagram, über meine Website, die mir Bewerbungsunterlagen zugeschickt haben. Genauso diese mir über Instagram meinten, hey, kann ich mich bei Ihnen im Unternehmen bewerben? Und da dachte ich mir, ja, ist irgendwo eine Stelle ausgeschrieben? Dann habe ich mal zurückgefragt, hey, hier kannst du mir die Stellenbeschreibung mal schicken, auf die du dich beworben hast? Weil ich habe erst gefragt, gibt es eine Stellenausschreibung? Und er hat gesagt, ja, die gibt es. Er sagt, schick mir das doch mal bitte. Dann können Sie mir Ihre E-Mail schicken. Da denke ich mir, ja, ich meine, das kannst du über das Kontaktformular machen, aber da kannst du keine Dateien anhängen. Ich meine, per se kann ich mit der Bewerbung nichts anfangen, aber mal so rein vom Interesse her würde es mich schon mal jucken, weil, ja, Unternehmen wollen irgendwie die Leute haben und die kommen alle zu mir. Ja, und da dachte ich mir, ja, vielleicht mache ich da ein Business draus. Ja, vielleicht mal hier so Personalvermittler für die wirklichen Fachkräfte aus dem Ausland. Ja, weil Giancarlo the Teacher dann doch derjenige ist, der die alle anzieht mit seinem Humor, seiner Art und Weise, wie er redet. Ich meine, das ein oder andere Stock im Arsch Unternehmen wird dann sagen, hey, guck mal, das passt nicht so zu uns. Ja, aber du sprichst irgendwie die Zeit von heute an, die Jugend von heute. Und ich denke mir auch so, ja, Leute, ihr müsst euch anpassen, ja, und nicht, die müssen sich euch irgendwo immer anpassen. Ja, mit der Aussage muss man auch hier in Deutschland ein bisschen aufpassen, ja, wer sich wem hier anpassen muss. Aber ich glaube, ihr wisst ganz genau, wo ich da stehe und was ich da meine. Also, ich will jetzt nicht politisch korrekt sein, ja, sondern, aber, ja, wenn ich schon höre, dass einer sich selber auch als Kenneck bezeichnet, so mache ich ja auch von mir selber als Italiener, deswegen sehr positiv, der junge Mann. Aber mal weiter in seinem Text. Okay, also, meine Situation sieht so aus. Ich kenne jemanden, der sich mit der Instandhaltung und Anbindung von PV-Anlagen beschäftigt. Sie haben viele Anfragen und suchen daher jemanden, der berechtigt ist, die Arbeit aufzunehmen und die PV-Anlage vollständig an das Stromnetz anzubinden. Er verspricht mir viel Geld und das klingt alles sehr verlockend. Aber da ich ein Fernstudium absolviert habe, hat mein Abschluss in Deutschland nicht die volle Gültigkeit. Und ich muss zusätzlich eine Diplom-Prüfung bei der IHK ablegen und danach den 3-Schein, also technische Regeln der Elektroinstallation, TREI, 3-Schein machen zu können. Und tatsächlich, und das ist so ein Tipp an euch alle, wer es vielleicht nicht wusste, es gibt ja einige Sonderregelungen draußen, ja. Gibt es nämlich so eine Sonderregelung der Handwerkskammer, die ihn, den lieben Dima, den Meister hier in Deutschland machen lässt. Allerdings wissen wir, glaube ich, alle, dass das alles andere als ein Zuckerschlecken wird. Vor allem, wenn das sprachliche Defizite vorliegen. Klar, also ich finde das ja wunderbar, er hat auch in der E-Mail geschrieben später, wo ich ihm geantwortet hatte, dass er meinen Podcast nutzt, um so ein bisschen auch Deutsch zu lernen, plus die Fachsprache, was mich noch stolzer auf meine Arbeit hier macht. Wenn ich dann höre, okay, dass der eine oder andere sich damit so ein bisschen identifizieren kann, sagt, ah, das passt zu mir, der ist wie ich, der redet auch nicht immer korrekt, ja. Ich meine, klar, ab und zu kommt hier das Baustellendeutsch durch und auch das Hessische, ja, wenn ich dann irgendwann mal in Rheinland-Pfalz wohne, dann kommt vielleicht sowas wie mitholen und, ne, da kommen so ein paar Sachen dann vielleicht noch mit dabei, dann vermischt sich das Ganze. Also, man hat ja Dialekt und das ist ja das Schöne bei uns, ja, dass wir nicht irgendwie, ich meine, wenn ich jetzt in Hannover leben würde, würde ich sauberes Hochdeutsch sprechen, aber das wäre es dann auch schon, dann hätte das wenig Charakter. Nichts gegen die jetzt aus Hannover, aber ihr wisst, glaube ich, Felix Lobrecht hat es auch mal, scherzhalber mal so erwähnt. Zum Thema Sonderregelungen, ja, ich habe ja gesagt, es gibt einige Sonderregelungen in Deutschland und da hat mir jetzt auch ein Kollege, da habe ich mich mit in der Schule unterhalten, wenn man heute nochmal Schule macht, also es soll jetzt nicht unbedingt der Master-Tipp an euch sein, aber wenn man überlegt, man kann ja das Gymnasium bis zur 10 machen, ohne eine Abschlussprüfung machen zu müssen und dann hat man schon einen Realschulabschluss, ja, qualifiziert, weil man hat ja bis dahin Gymnasium gepackt. So, wenn man dann nochmal bis zur 12 das Abitur macht, ohne die Prüfung, dann hat man trotzdem die Fachhochschulreife, sprich die Studienfähigkeit, man darf es dann, ohne eine Prüfung machen zu müssen, ja, also wenn man sich mal das Ganze zusammenbastelt, wenn man mal so das Ganze ein bisschen schlauer angeht, dann muss man niemals irgendwo eine Prüfung ablegen, ja, dann kann man sich so durchmogeln und das ist jetzt für die eine Seite, man muss das immer mit zwei Hälften irgendwie betrachten, auf der einen Seite sage ich, okay, diejenigen, die Prüfungsangst haben, für die ist das vielleicht eine tolle Sache, aber wenn ihr dann hinterher studieren wollt, ob ihr dann wirklich auch studienfähig seid, ist die andere Geschichte. Wiederum sage ich aber, und das ist auch wieder so ein Punkt, ich sage mal, in der Schule, in der allgemeinbildenden Schule, ich rede jetzt nicht von der Ausbildung, wo ihr fundierte Sachen lernt, die euch interessieren sollten, wenn ihr diesen Beruf lernen wollt, ja, und wo es im ersten Lehrjahr schon losgeht, das heißt, da legt ihr die Basics und erst daraufhin baut ihr das Haus nach oben auf, bis ins dritte, bis ins vierte Lehrjahr, ja, wenn ihr schneller seid, könnt ihr das Ganze natürlich noch schneller machen, ja, im zweiten Lehrjahr einsteigen und dann noch vorziehen, geile Sache, wer das macht, ist ein tolles Aushängeschild, wir haben da einen bei uns an der Schule, die Kollegen schwärmen von dem Jungen und der hat auch seine Zwischenprüfung gut gemacht, also ich bin auch überzeugt von ihm, ja, Studium hat nicht ganz gereicht, aber mein Gott, so, und das ist jetzt der Punkt, wenn man in einem gewissen Alter ist, das heißt, man hat schon dann die zwölf im Abi gemacht, ohne die Abschlussprüfung und man merkt, da in der allgemeinbildenden Schule, da wird einem so viel Schrott beigebracht, so irgendwelche Gedichtsanalysen, irgendwelche Buchbesprechungen, dann in Englisch irgendein Simple Past, Simple Present, Present Progressive, den ganzen Müll, wo man sich denkt, so, ich habe niemals mit der Schule Englisch gelernt, sondern ich habe es mit Videogames gelernt oder ich habe jetzt Schüler gehabt, die waren jetzt mit Minecraft und die wussten jetzt auf einmal so, ey, was bedeutet denn oxidieren? Das war eine achte Klasse, ich meine, gut, oxidieren ist jetzt nicht so schwierig, ja, aber man muss einfach mal schauen, wo die ihre Wissen herbekommen, ja, und dann war der eine, weil ich sagte, so, was passiert mit Kupfer, wenn ich es irgendwo draußen im Regen liegen lasse, ah ja, es oxidiert, und dann waren seine Mitschüler, wow, kommst du jetzt mit dem Fremdbegriff her, ja, so, und dann hat man schon rausgehört, wie das Niveau so per se in der Klasse war, nichtsdestotrotz, man ist vielleicht in einem gewissen Alter dann später einfach reifer vom Kopf her und sagt sich, weißt du was, jetzt habe ich Bock, genau das zu lernen und nicht noch irgendwie XYZ nur für die eine Klausur, für die Note, für das Zeugnis, damit ich mich für ein Zeugnis bewerben kann und kein Arsch guckt mehr auf die Geschichtsnote, die Erdkundenote oder sonst irgendwas, ja, oder Religionsnote, ihr wisst es alle, ne, nur mal so am Rande. Gut, aber es soll ja hier drum gehen, nicht um die Prüfung im Abi, nicht um die Prüfung in der Realschule oder sonst wo in der Ausbildung, sondern es sollte ja hier um den Meister gehen, ja, weil der liebe Dima, der möchte ja PV-Anlagen in Betrieb nehmen, wo ich auch wieder weiß, aus Erfahrung, dass da werden, klar, Leute händeringend auch gesucht, ja, die Elektromeister, die genau das dürfen, andererseits ist das natürlich auch nervenaufreibender Job, ja, ich habe das von einem Kumpel von mir, der arbeitet jetzt wieder in einem Bergbauunternehmen, der war vorher bei so einer Firma, die genau sich um solche Projekte gekümmert hat, das heißt also Windparks und Solarparks in Betrieb zu nehmen, das heißt, er war die Vermittlungsstelle, das heißt, er musste mit dem Meister Rücksprache halten und er musste mit dem Versorgungsnetzbetreiber Rücksprache halten und da hat er quasi die Verbindung zwischen den beiden hergestellt, so dass der Meister vor Ort die PV-Anlage bzw. den Solarpark so weiter in Betrieb nehmen konnte, auf der anderen Seite musste dann der Versorgungsnetzbetreiber ja genau dann eben auch diese Netzeingriffe machen, das heißt also, er muss dann irgendwie was runterschalten, ja, dass eben das Netz nicht in dem Moment überlastet wird, weil wir wissen, wie unser Netzausbau hier in Deutschland ist, ist nicht der allerschlechteste, es gibt im Ausland, gibt es Schlechteres, es gibt aber auch Besseres und gerade so ein ehemaliger, ich sage jetzt absichtlich ehemaliger Industriestandort Deutschland, weil hier vieles am Abwandern ist, aufgrund von hoher Energiepreise und schlechter Politik, muss man einfach sagen, muss man aufpassen, wenn man das Ganze in Betrieb nimmt, so und der Meister mit dem Versorgungsnetz, die Versorgungsnetzbetreiber haben keinen Bock drauf, jedes Mal irgendwas Neues in Betrieb zu nehmen und dann in das Netz einzugreifen, weil mit jedem Netzeingriff schwankt die Spannung, wir haben mögliche Fehlerquellen, es kann was kaputt gehen, der Meister sagt, ich will das jetzt in Betrieb nehmen, irgendwann hat er aber auch keinen Bock mehr, wenn er jedes Mal warten muss, sich einen Termin aussuchen muss und stundenlang da hocken muss, um eben den richtigen Knopf zur richtigen Stelle zu drücken und das ist eben da die Diskrepanz, ja, also klar, eine Menge Geld ist es drin, es sind viele Aufträge, die liegen auch noch brach, das kann ich euch safe sagen, auf der anderen Seite muss man sagen, ey, das musst du dir auch antun wollen, so und ich dachte mir jetzt, okay, er möchte ja den Dreischein, den Meister hier machen, diese Prüfung, Sondergenehmigung und so weiter, ich habe mir das mal rausgesucht und ich dachte, mich helft dem lieben Dima mal so, indem ich so ein paar typische Inhalte, welche auch, wenn ihr den Meister im Handwerk machen wollt, erwarten, dass ich euch die mal vorstelle und mit euch anhand einer praktischen Aufgabe sowie deren Lösung bespreche, ja, also, dass wir mal so eine Lernsituation machen, wie man es auch in der Schule macht, also in der beruflichen Schule, wo man nicht ein Arbeitsblatt bekommt und sagt, berechne X oder Hannes hat 5 Äpfel und 5, 5, äh, hier, 5 Äpfel, 30 Birnen, ja, was ist das Volumen der Erde, so was machen wir hier nicht, sondern es geht ja darum, okay, ihr müsst euch wirklich mal reindenken, ihr seid wirklich da, eine praktische handlungsorientierte Aufgabe, so, und da steigen wir jetzt mal direkt auch mal ein und zwar sind wir jetzt zu Gast bei der Firma Stamm und Stämmiger, also eine Tischlerei und in dieser finden wir eine sogenannte Kompensationsanlage vor, aber, und das ist das Problem, das kann euch auch immer wieder in der Praxis vorkommen, das Typenschild ist verdammt nochmal unleserlich, so, und nochmal kurz, um euch alle mitzunehmen, bevor ich jetzt weiter verfahre, Kompensationsanlagen, die stellen kapazitive Leistungen, kapazitiv, also vom Kondensator, also sie stellen Kondensatoren zur Verfügung, um die Blindleistung, welche bei Drehstrommotoren entstehen, auszugleichen, also bei jedem Drehstrommotor gibt es drei Arten von Leistungen, da gibt es dieses berühmte Bild mit dem Bier, und man sagt, okay, man hat eine Scheinleistung, eine Wirkleistung und eine Blindleistung, ja, die Blindleistung und die Wirkleistung zusammen ergeben die Scheinleistung, so, und da haben wir die sogenannte Scheinleistung, also die Leistung, die wir scheinbar haben, also ganz toll, ja, könnt ihr euch vorstellen, wie Bruttoarbeitslohn, da wird dann noch einiges von abgezogen, bis wir was davon zu sehen bekommen, also die Scheinleistung ist das Produkt, also das Ergebnis einer Multiplikation aus der Betriebsspannung und dem Betriebsstrom eines Motors, ja, und so setzt sich, diese setzt sich zusammen aus der Wirkleistung, also die tatsächlich genutzt wird, die wirklich auch wirkt, deswegen Wirkleistung, und der Blindleistung, ja, die sehe ich nicht, die brauche ich nicht, aber die ist halt da, ja, die für den Aufbau von magnetischen und elektrischen Feldern dennoch benötigt wird, so, und jetzt kommen wir nämlich zur Wirkleistung, also die Leistung, welche der Motor tatsächlich an der Welle abgibt, also was der Motor wirklich leistet, die Wirkleistung, ja, und diese wird auch in Watt oder Kilowatt auf dem Motortypen-Schild angegeben, ja, die Wirkleistung, so, die Scheinleistung wird in Volt Ampere, wegen dieser, wegen dem Produkt aus der Motorspannung und dem Motor Strom, also Betriebsspannung und Betriebsstrom des Motors, angegeben, und die Blindleistung wird in Volt Ampere reaktiv, ja, induktiv meistens, also durch das Magnetfeld, eben angegeben. So, also, wie gesagt, Blindleistung ist diejenige elektrische Leistung, die zwischen den Außenleiter und dem Neutralleiter eines Drehstromnetzes hin und her fließt, jedoch nicht in der Lage ist, mechanische Arbeit, also sprich die Wirkleistung zu verrichten. Wie gesagt, Volt Ampere reaktiv, als Beispiel, damit ihr euch mal so Blindleistung vorstellen könnt, bezieht sich auf den Teil der Leistung, der für den Aufbau von Magnetfeldern oder die Speicherung von elektrischer Energie in Kondensatoren oder Spulen aufgewendet wird und kein, die Blindleistung bezieht sich auf den Teil der Leistung, der für den Aufbau von Magnetfeldern oder die Speicherung von elektrischer Energie in Kondensatoren oder Spulen aufgewendet wird und hat keinen direkten Nutzen für den Verbraucher. Sie tritt aber auf, das ist nun mal so, und wir müssen sie a. mitbezahlen, schon mal blöd und b. müssen wir auch dafür sorgen, dass sie unser Netz nicht unnötig belastet und dafür brauchen und bezahlen wir die sogenannten Kompensationsanlagen. So, jetzt hoffe ich euch irgendwie abgeholt zu haben, dass ihr wisst, wo wir uns jetzt gerade befinden. Also, die gehen schon davon aus, Kompensationsanlagen, Scheinwirkung und Blindleistung ist euch bekannt. Ihr seid Meister oder beziehungsweise angehende Meister. Ja, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, zum Thema Kompensation, die Basics, wo ich wirklich eins von der Pike auf anfange, euch zu erklären, habe ich eine extra Podcast-Folge, das ist die Folge 109, ja, geht es um Kompensationsanlagen, da gerne mal reinhören. So, und jetzt sind wir weiter in unserer Tischlerei von der Kompensationsanlage. Das Typenschild ist nicht zu lesen, ja. Dann, das kann und wird euch in der Praxis sowas von oft begegnen. Und dann müsst ihr euch vor allem als Elektromeister ja zu helfen wissen, denn jetzt müsst ihr euch erstmal ein Bild von der Anlagengröße ja machen. Ja, ihr seht da so ein paar Kondensatoren. Okay, ja, könnt ihr euch schon mal vorstellen, wie viel KW ungefähr die Anlage hat. Hm, trotzdem, jetzt geht es erstmal los. Die Anlage ist an 400 Volt mit 3x35 bzw. 16 Quadrat angeschlossen. Das heißt also, es kommt direkt von der Straße. Und mit einer GL-Sicherung mit einem Nennstrom von 125 Ampere abgesichert worden. Auf der Anzeige findet ihr folgende Daten, den Cosinus Phi von 0,96 und Stufe 8 bzw. 12. So, und ihr könnt per Zangenamperemeter den Leiterstrom zur Kompensationsanlage von 36 Ampere messen. Die Stromstärke auf der 70 Quadrat starken Leitung zur Tischlerei beträgt 82 Ampere. So, das sind jetzt alles so ein paar Daten. Nur, dass ihr, ich will jetzt nicht, dass ihr da irgendwie jetzt was Kompliziertes reindenkt und so weiter. Nur mal, dass ihr so diesen Umfang von einer Textaufgabe schon mal drin habt. Einer, ähm, äh, sag schon, Lernsituation. So, jetzt noch kurz, was diese GL-Sicherung bedeutet, weil dieses GL, dabei handelt es sich um eine relativ, ich sag mal, alte Bezeichnung von Sicherung. Und dieses GL bedeutet Ganzbereichs-Leitungsschutz, GL. Die neue Bezeichnung, weil das war, wie gesagt, das ist eine relativ alte, äh, die neue Bezeichnung lautet Ganzbereichsschutz-Standard-Typ für allgemeine Anwendung. Ich fand Ganzbereichs-Leitungsschutz besser wegen GL, hat sich irgendwie erklärt, aber neue Normen und dann kam irgendwie was dazu, hat man das so genannt. Okay, egal. Jetzt, als Meister, ihr habt auch euer Tabellenbuch und so weiter, Fachbücher habt ihr, habt vorher gelernt. Das ist in Fleisch und Blut, muss das übergehen, dass man schon weiß, okay, GL, Ganzbereichs-Leitungsschutz. Okay. Und dann werdet ihr zu dieser Lernsituation oder Textaufgabe sowas gefragt wie, nehmen wir mal A, ist die Messung eines kapazitiven Stroms mit einer Zange, also mit einer Stromzange, mit einem Zangenampelmeter überhaupt möglich? Also, ihr müsst ja schon mal, ähm, ja wissen, wie so eine Stromzange überhaupt funktioniert, ja, auch dazu habe ich eine extra Podcast-Folge schon gemacht, ist die Folge 130, auch hier gerne reinhören, plus Video schauen auf YouTube, damit ihr da auf dem Wissensstand seid, wie das Ganze funktioniert. Wer damit jetzt nichts anfangen kann, kann trotzdem weiterhören, es folgen trotzdem noch Infos, wo ihr auf jeden Fall was lernen könnt, nur, wie gesagt, Zangenampelmeter habe ich eine Folge zugemacht, wer da noch nicht reingehört hat, gerne reinhören. Also, ist die Messung eines kapazitiven Stroms mit einer Stromzange möglich? Und die simple Antwort hier lautet, ja, geht, ja, ein Zangenampelmeter zeigt die Stromhöhe bei kapazitiven Strömen richtig an. Kann er. Warum er das kann, gerne in die Podcast-Folge reinhören. Okay, die nächste Frage, die lautet dann zum Beispiel, ähm, wie sieht's hier aus mit einem Shunt? Also, S-H-U-N-T, englisches Wort. Der andere hat's vielleicht aus einer Arztsendung mal gehört, von Stand, wir müssen einen Stand legen. Ähm, jetzt, was ist, wie heißt das von George Clooney damals, die Arztserie, oder Scrubs, die beste Arztserie. Andere Arztserien möchte ich jetzt hier nicht nennen, weil die sind alle schlecht. Okay, um die Stromstärke zu messen, also, wie sieht's aus mit einem Stand oder Shunt, ja, um die Stromstärke zu messen. Und jetzt überlegt man sich ja erstmal, was ist überhaupt ein Shunt, ja. Wie gesagt, kennen viele eher aus der Medizin, ähm, und das möchte ich euch natürlich auch nicht als Bild bei YouTube vorenthalten. Ähm, also, unter einem Shunt versteht man eine Querverbindung zwischen einer Schlagader, also einer Arterie und einer Vene. Ja, erstmal sowas, ja, also eine Querverbindung zwischen Arterie und Vene. So, in der Elektrotechnik aber ist ein Stand oder Shunt ein elektrisches Bauelement, das in einem Stromkreis einen niederohmigen Pfad bildet. Also, dadurch kann ein hoher Strom über den geringen Spannungsfall gemessen werden. Man misst also über eine Querverbindung, im Prinzip wie in der Chirurgie zwischen Arterie und Vene, dann den Strom. Und so ein Shunt, also ein hochbelastbarer Widerstand, aber mit einer sehr kleinen, äh, aber mit einem sehr kleinen Widerstandswert, ist prinzipiell geeignet, um aus einem Strom eine Spannung abzuleiten und diese dann beispielsweise auf einem Oszilloskop anzuzeigen. Also, mit einem Zangenampermeter, sprich der Stromzange, ist das Ganze natürlich komfortabler, aber man könnte es auch mit so einem Shunt machen, ja, wenn man keine andere Möglichkeit hat, beziehungsweise ihr als Meister müsst sowas auch kennen können, ja, um eben gegebenenfalls auch mal sowas anzuwenden. Kann ja auch mal sein, okay, den Zangenampermeter, den nimmst du ja wieder mit, den Stand, den kann ich da so einbauen, ja, und dann habe ich das dauerhaft. Ja, das heißt also, selbst wenn ich nicht mehr da bin, ich kann das dann visualisieren mit WinCC Flexible, also ein Programm, was mir das Ganze dann auch nochmal grafisch darstellt, oder selbst der Fabrikmitarbeiter, ja, der, 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 keiner, der Kartonpacker oder der Kleinteile, äh, Krabbelgruppe Mensch, der kann das dann auch lesen, ja, von der Grafik, ja, wie gesagt, Shunt, Stand, ein Thema. So, die nächste Frage, die lautet zum Beispiel, welches Messprinzip liegt einer Strommesszange eigentlich zugrunde? Also, ihr hört raus, das sind Sachen, die habe ich auch hier schon besprochen und die haben mich auch schon hiesige Azubis gefragt, ja, wo ich wirklich klasse fand und weshalb es sich unbedingt lohnt, den Kanal hier zu abonnieren, weil immer wieder was kommen wird, was in die Richtung schon geht. So, die Basics verstehen und dann kommen dann eben die Fachfragen, Techniker, Meister. Also, wer meine Podcast-Folge dazu gehört hat und verstanden hat, weiß, dass die Erzeugung einer Messspannung durch einen Hall-Sensor stattfindet. Nochmal kurz, weil ich es nicht lassen kann und nett bin, so ein Hall-Sensor misst das Magnetfeld, beziehungsweise die magnetische Flussdichte und was erzeugt einen vom Strom durchflossener Leiter wie Kupfer? Natürlich ein Magnetfeld und das misst der Hall-Sensor in der Stromzange, in dem Zangenampermeter und das Signal wird dann noch vom AD-Wandler, also vom Analog in Digital umgesetzt und zack, habt ihr euer Messergebnis in Digital. Ja, das heißt, dass ihr das Ganze schön ablesen könnt mit 5 Ampere, 10 Ampere, 20 Ampere, 20,5, je nachdem, wie viele Digits das Ganze noch hat, also wie viele Nachkommastellen und so weiter, ja. Also, umso mehr Magnetfeld, höher der Strom, höheres Magnetfeld, mehr Hall-Sensor empfängt es und kann das dann eben wieder umsetzen und so weiter. So funktioniert das Messprinzip von dem Hall-Sensor nochmal ganz in a nutshell. So, und darauf folgen dann noch weitere Fragen, ja, die ich euch auch nicht vorenthalten, also es kommen jetzt noch so zwei Stück. Sind Querschnitt und Sicherungsgröße richtig aufeinander abgestimmt? Ja, sowas kann auch gefragt werden, müsst ihr auch wieder entscheiden, vielleicht anhand von Tabellen, vielleicht aber auch anhand von, ich sag mal, vielen Erfahrungswerten, ja. Ja, ein Meister würde sagen, ach, das sehe ich doch schon, ne, also, es gibt viele Elektroexperten da draußen, die sagen das euch sofort, ja, die sehen, ach, sehe ich doch, was hier kaputt gegangen ist, ja. Wenn ihr lernt, klar, wenn ihr nicht so viel Berufserfahrung habt, klar, müsst ihr es nachlesen, na, aber, wie gesagt, ich will euch mal die Fragen nochmal so ein bisschen, dann kommt vielleicht noch so eine Frage wie, welche Blinkleistung erbringt die Anlage während der Messung? Alles Aufgaben, die ihr nicht nur mit Fachrechnen lösen könnt, klar wird auch Fachrechnen im Meister erwartet, das müsst ihr auch können, nur im Endeffekt auch die Prüfer, ich habe da im Prüfungsausschuss, habe ich auch welche dabei sitzen, die beim Meister dabei sind bei der Prüfung und dann kommt dann Haussprechanlage, Telekommunikation und so weiter und, ähm, die wissen ja auch, hey, klar, musst du irgendwo das ein oder andere überschlagen können, Dreisatzprozentrechnung, die Standardrechenarten oder auch mal hier und da eine elektrotechnische Formel, eine energietechnische Formel kennen und können müssen, ja, zumindest so ungefähr oder du musst wissen, wo du es schnell nachschlagen kannst, aber im Endeffekt, wenn du beim Kunden stehst und jedes Mal ein Buch rausholen musst und nachschlagen musst oder mit dem Taschenrechner nochmal dann, gut, mit dem Taschenrechner ist die andere Sache, wenn du sagst, ich will das hier jetzt ganz genau wissen, ah, ich bin mir da jetzt gerade mal unsicher, ähm, aber dann besser, wenn der Kunde nicht gerade guckt, aber ihr wisst, was ich meine, wenn der Kunde daneben steht oder ihr jedes Mal das Buch rausholen müsst oder jedes Mal bei jeder Frage, ah, ich bin mir da nicht sicher, ich weiß es nicht, ja, ähm, dann sieht's blöd aus und dann bekommt ihr nicht den zweiten oder dritten oder vierten Auftrag beziehungsweise der macht ja auch Werbung für euch, jede Arbeit, die ihr abgebt, ja, ist Werbung für euch und wenn, nachdem ihr da wart, die Bude abfackelt, dann wisst ihr Bescheid, ja, seid ihr nicht nur für den nächsten Auftrag nicht geeignet, sondern seid vielleicht auch im Knast, ja, jetzt aber zur letzten Frage für heute, ähm, und zwar glaubt mir, ich halte mich schon kurz, es gibt halt sauviel zu wissen zum Meister und so weiter, ich hab auch, ähm, da, ähm, Bücher hab ich hier, ähm, wo ich Aufgaben drinne habe, wenn ihr euch das wünscht, dass ich, also jetzt mal kurz nochmal, äh, Werbung an der Stelle, wenn ihr sagt, ey, Giancarlo the Teacher, hier, pass mal auf, ich hab da gehört und hast da Meisterprüfungsfragen und so weiter, könntest du die ein oder andere nochmal bitte besprechen, dann kann ich dazu gerne auch nochmal ein Video extra machen, weil das als Podcast mit dem Fachrechnen, merk dir selber, das ist ein bisschen schwierig, sich die Zahlen zu merken, das muss man visuell vor sich haben und dann mit Formelaufschlüssen und so, das mache ich gerne mit euch, erkläre ich das auch ganz gerne mit dem Lösungsweg, aber, äh, dann gerne nochmal auf Nachfrage. Okay, also, ähm, auf einem Bauernhof, kommen wir jetzt mal zu einem anderen, Lernsituationstechnisch, ähm, soll die Stromversorgung von so einem Stall grundlegend erneuert werden. So, dazu werdet ihr jetzt beauftragt, also Lasten und Pflichtenheft, Angebot, alles passt, und jetzt müsst ihr aber etwas Wichtiges bei der Betriebsmittel- und Leitungsauswahl entscheiden, und zwar die Schutzart und das Material, aus dem der Leitungsmantel, also der Schutz um die Kupferdrähte und um die Isolierung für die Leitungen und die elektrischen Geräte haben soll, ja, und die elektrischen Geräte besitzen ja minimal, oder nun mal in vielen Fällen, diese elektrischen Geräte, ne, Schalter und so weiter, Sensoren, egal was, Lampen, so, ich sag mal, in vielen Fällen ja Öffnungen für Ein- und Austritt von Luft, ja, es ist nun mal so, ja, klar, außer jetzt bei so einer Brunnenpumpe, die muss natürlich dicht sein, nur ihr müsst euch das so vorstellen, wenn irgendwo ein Luftschlitz ist, kann er Wärme abgeben, Strom erzeugt nun mal Wärme, alles was sich bewegt, erzeugt Wärme, ja, wenn ihr irgendwo Motor habt, so, und bei dem Brunnenmotor ist es klar, dass der dicht sein muss, damit eben kein Wasser reinkommt, damit eben irgendwas da drin kaputt gehen kann, der wird aber von außen gekühlt, also fremdgekühlt, so, wenn ich jetzt aber irgendwo einen Luftschlitz habe, kann die Luft natürlich raus, die Wärme, ja, das heißt Eigenkühlung so ein bisschen durch die Kühlrippen, okay, so, und deswegen muss man ja auch immer wieder beim Motoren schauen, dass wenn man irgendwo verstaubt ist, dass man das Ganze sauber hält, so, aber wo Luft rauskommt, können auch Wasser und Staub oder grobkörniges eintreten, so, das sind so allgemeine Sachen, die müssen selbst schon Azubis wissen, aber, wie gesagt, wie Meister wird es auch schon gerne gefragt, so, also, welche Schutzart wählt ihr jetzt für das Betriebsmittel, welche in diesem Stall, wo wahrscheinlich auch Tiere sein werden, Stall, klar, ähm, welche Schutzart wählt ihr für eure Betriebsmittel, so, und jetzt müsst ihr schon quasi entweder im Tabellenbuch die Seite haben, oder ihr habt es wirklich im Kopf, ihr wisst mindestens mal so und so viel, weil ich habe schon so viele verbaut, kein Problem, ähm, einfache Punkte nehme ich mit, also, ähm, die IP-Schutz oder die IP-Schutzart, sorry, IP-Schutzart Ingress oder International Protection, Schutz vor Fremdkörpern und Staub und Schutz vor Wasser ist jetzt zu wählen und da sollte man mindestens IP 44 gewählt werden, wenn nicht sogar 54, warum? Die erste Ziffer, also die 5, sagt Staubschutz, sprich vollständiger Berührungsschutz, da kommt also so gut wie nix rein, was, ich glaube, bei 4 ist es mit diesem größer 1mm oder kleiner 1mm und 5 ist nochmal ein bisschen besser und die zweite Ziffer ist der Wasserschutz und da ist die 4, Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, was durchaus in so einem Stall mal vorkommen kann, da muss ich jetzt nicht unbedingt mit dem Druckschlauch durchgehen und die Schweine sauber machen, sondern allein schon, wenn die was mitbringen oder sich mal schütteln oder sonst wie, dann darf der Schalter eben nicht kaputt gehen, beziehungsweise, wenn da so ein Spritzer Wasser hinkommt, dass mir dann die Elektronik versagt, ja, oder der Funke überspringt, die Bude mir abfackelt. Jetzt nehme ich der zweite Punkt, das Leitungsmaterial, da gibt es nämlich sowas wie PVC, kennen wir alle, Kunststoff und es gibt sowas wie VPE. Hört der ein oder andere vielleicht zum ersten Mal, solltet ihr euch aber merken, VPE. VPE steht für vernetztes Polyethylen und ist im Gegensatz zu PVC frei von Chlor. Ja, Chlor, Schwimmbad, Wasser, sauber machen, nee. Warum ist es wichtig zu wissen jetzt bei Leitungen? Naja, es können daher im Brandfall, was durchaus vorkommen kann, was im Prinzip überall vorkommen kann, durch das fehlende Chlor keine Salzsäuredämpfe oder bei noch höheren Temperaturen keine Dioxingase entstehen, die ausgesprochen, klar, gefährlich werden können. Hört man ja schon raus. So, das hat in diesem Beispiel, gerade mit dem Stall, Elektroinstallation, wo Tiere im Spiel sind, die sich im Brandfall eben nicht direkt retten können. Du kannst zwar den Rettungsweg zeigen, aber glaubst du, das Tier weiß es sofort, außer du hast es jetzt mit irgendeinem schlauen Esel 50 Mal trainiert, ja. Vielleicht weiß er es dann, aber selbst bei Brand, selbst wenn Feuer ausbricht, sind wir Menschen ja auch zu blöd. Ja, es ist nicht wie in den Godzilla-Filmen, wo alles schön geordnet, die ganzen Japaner wissen, ah ja, Godzilla, alles klar, jetzt nicht in die U-Bahn, wir gehen da lang und so weiter, schön geordnet. Nein, es hat ja auch versicherungstechnische Gründe, wenn da Tiere im Spiel sind. Denn wenn es wirklich mal brennen sollte, muss ja nicht mal eure Schuld sein. Dann geht es euch an den Kragen, wenn herauskommt, dass ihr bei der Leitung gespart habt, die Tiere an den Salzsäuredämpfen oder anderen Dioxingasen verreckt sind. Das hat alles schon gegeben. Ja, es war ja auch, wo jetzt letzten Winter Tiere festgefroren waren auf einer Weide. Ja, da war irgendwie Überschwemmung, dann hat es gefroren und die Tiere waren fest. Also wirklich, es hat nur eine Kuh von, ich weiß nicht wie vielen, überlegt gehabt. Der Bauer musste sich auch verantworten. Das ist seine Verantwortung. Es geht nicht darum, dass das Vieh ist. In dem Moment sind es Tiere. Du willst auch nicht irgendwie da vergessen werden, wenn du selber nicht weg kannst, ja. Also, und das ist da genau derselbe Fall. Und da müsst ihr als Elektriker, ja. Also ihr merkt, so ein Meister muss nicht nur an den Profit und den Auftrag, sein Unternehmen, seine Mitarbeiter, sein Werkzeug, sein eigenes Leben denken, sondern auch stets an das seiner Kunden. Und wenn diese eben neben Menschen auch noch Schweine, Kühe, Esel, Ziegen, Hühner sind, dann habt ihr noch mehr Verantwortung. Und ihr hört jetzt schon raus. Ja, so Meister, wirklich, die haben es drauf. Die haben viel Verantwortung. Und wenn ich mich mit, ich habe da aller, allergrößten Respekt vor. Und deswegen nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Sagt nicht auf, oh, ich mache einen Meister, ich kriege den finanziert. A ist der Preis, ja, habe ich auch schon mal drüber gesprochen in der Podcast-Folge. Nicht ganz ohne. Und dann, wenn ihr das Ganze gesponsert bekommt, erwartet man natürlich auch was von euch. Und wenn ihr euch selbstständig macht als Meister, ja, was ja viele sagen, oh, dann wird die Kohle geschäffelt, ja, denkt immer dran, ihr habt eine Verantwortung. Umso mehr Verantwortung ihr habt, klar, umso mehr Kohle ist drin, es ist aber wie in der Finanzwelt, umso mehr Risiko, umso mehr Rendite, aber ihr tragt immer noch das Risiko. Das soll es jetzt aber auch ehrlich gemacht gewesen sein. Dima, wirklich, ich wünsche dir jetzt nochmal hier in meinem Podcast gesagt viel Erfolg bei deiner Mission, dass du das packst. Ihr hört aber raus, es gibt mehrere Möglichkeiten, an den Meister zu kommen, beziehungsweise Sonderregelungen in Deutschland. Könnt ihr euch da gerne informieren. Ansonsten fragt ihr mich auch ganz gerne, schreibt ihr mich an. Ich habe da einige Infos aus Prüfungsausschüssen und so weiter, ja, deswegen gerne mich anschreiben über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de. Da findet ihr das Kontaktformular, das schickt ihr einfach ab und innerhalb der nächsten sieben Tage kriegt ihr safe von mir eine Antwort und vielleicht schafft es dann auch euer Thema in meinen Podcast rein, ja, denn ich helfe euch ganz gerne. Wenn ihr aber auch sagt, hey, das war jetzt eine super Folge, vielleicht ein bisschen zu lang, ihr habt da irgendwie Feedback oder so, könnt ihr mir auch ganz gerne über meine Website schreiben. Genauso könnt ihr unter meinem YouTube-Video mal einen Kommentar hinterlassen, vielleicht was euer Problem ist, was ihr vielleicht für Sonderregelungen noch kennt, was den Meister angeht, würde mich echt interessieren, weil ich bin da auch immer wieder neu am Lernen, weil immer wieder was Neues dazukommt oder irgendwelche Spezialfälle, man kann ja immer nicht alles wissen. Und ja, damit es auch weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, wir sehen uns im nächsten YouTube-Video, hören uns in der nächsten Podcast-Folge, macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, The Teacher. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge.